Traurige Nachrichten aus Großbritannien, Girls-A-Loot-Star Sarah Harding ist mit 39 Jahren gestorben. Sie erlag dem Krebs. Große Trauer um Sarah Harding, wie ihre Mutter auf Instagram mitteilt, ist der Girls-A-Loot-Star im Alter von 39 Jahren gestorben. Die Sängerin hatte im August 2020 bekannt gegeben, dass bei ihr Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wurde. Auf Instagram schreibt ihre Mutter Marie, mit tiefem Herzschmerz teile ich heute die Nachricht mit, dass meine wunderschöne Tochter Sarah leider verstorben ist. Und weiter. Viele von euch werden Sarahs Kampf gegen den Krebs kennen und wissen, dass sie seit ihrer Diagnose bis zu ihrem letzten Tag stark gekämpft hat. Sarah Harding sei friedlich eingeschlafen. Sie sei am Sonntagmorgen friedlich entschlafen. Ich möchte allen für ihre liebe Unterstützung im vergangenen Jahr danken. Sie hat Sarah viel bedeutet und ihr viel Kraft und Trost gegeben, weil sie wusste, dass sie geliebt wurde, so ihre Mutter weiter. Harding sei ein hellleuchtender Stern gewesen und sie hoffe, dass sie so in Erinnerung bleiben werde. Die Musikerin wurde mit Girls Aloud in der ITV-Sendung PopHutas, The Rivals im Jahr 2002 an der Seite von Cheryl Kohl, 38, Nadine Keule, 36, Nicola Roberts, 35, und Kimberly Walsh, 39, bekannt. Mit ihrer Debüt-Sendung Sound of the Underground erreichte die Band in jenem Jahr den ersten Platz der Weihnachtscharts und wurde zu einer der erfolgreichsten Popgruppen der britischen Musikgeschichte. Zudem war Harding auch im TV zu sehen. BSN Möller 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 Untertitelung des ZDF, 2020